So los geht's. Die Mädels beharren hier echt darauf, Nuke zu spielen. Aber wie gesagt, vielleicht sehen wir doch noch Tristan. Wie gemein. Ja. Okay, Angel TH wird bei den Females einspringen. Wie komme ich gerade die Info? Oh, ich darf nicht spielen. Die, äh, wie sie? Miranda oder so? Ist anscheinend weg. Mhm. Oh. Ist da gespammt wird an den Flashlight? Ist das ein Light-Runde, oder was? Für. Ort oder? Nee. Äh, für Ort, wäre schön. CSS meine ich. Ne, diesmal wohl nicht, na? Ne, ne. Bei, mit bisschen Glück macht er vielleicht beide. Oh. Mädels, mach'n's, wenn er sich auch als T-T-T-T-T-T-T-T. Äh, ich glaube, die gute Angel hat, hat die nicht sogar zwölf PP's in der ESL. Oh, oh. Ich meine da mal, so ist, irgendwie, ist mir ihr Lick irgendwie im Kopf geblieben. So, jetzt wieder einer runter. Ich guck mal eben. Hipsar ist gedroppt. Also, auf Profil hat sie auf jeden Fall keinen, keine zwölf PP ist. Wo hat sie keine? Äh, ESL. Nicht? Okay. Nö. Also, ich weiß nicht, ich kann auch keine Gerüchte streuen oder so, aber ich meine, irgendwie hat sie mich an was erinnert. So, Hipsar auch wieder da und jetzt geht's ja auch los bei, äh, auf der zweiten Web im Showmatch Alternate gegen Alternate. Natürlich Alternate CSS gegen Alternate Female, CS 1.6. Die Jungs dürfen jetzt Terror starten, haben dann die Nightfront verloren. Man nimmt da direkt Schlauch ein, wurde aber schon abgeflasht. Kassieren auch HEs, es geht Rampen durch. Kati und Angel stehen da allerdings. Hipsar auch schon im Defendent dazugekommen. Kati und der zweiten. Jetzt auch schon im Schacht. Boah, Angel kassiert da und Niki von hinten noch mehr aus dem Schacht. Souveräne Pistole. Ah, naja, danke. M mit Zahlen. Und CSSler, wenn wundert's, Deagle gekauft. Frag mich, ob die auch Weste dazu haben. Nee, das bestimmt nicht. Das machen die nicht mehr in Source. Nicht? Was? Das ist jetzt momentan so ein Trend, dass man das machen kann. Oder man macht. Krass, dass man sich gegen... Gegen... In Source Weste kommt. Ja, Deagle, Deagle mit... Deagle mit Weste als Echo. Okay. Ja, gibt's ja 9-6 auch. Die kommen sogar auf Nuke spielen. Ich meine, die haben nicht mal die Bombe gelegt. Die meisten Teams... Die meisten Terror-Teams kaufen danach auch, wenn sie die Bombe nicht gelegt haben. Einfach, weil sie sowieso zweimal sparen müssen. Und versuchen sie halt dann mit Deagle Weste die Runde zu entscheiden. Gerade auf dem Nuke ja auch. Eher drin, als auf einer anderen Map. So, Deagle hat man nachher ab und dann schalte ich mal bei den... Ähm, was weiß ich? Bei wem soll ich denn reich schalten? Ich glaube, ich schalte da die Jungs rein. Mal wissen, die Flames zu hören. Wie sie hier kassieren. Oh. Cheat! Ich hab's gesehen. Durch die Wand gemacht. Ja. Ja, so, ich switch mal zu den Jungs und viel Spaß mit den... ...Bustoslern. Kann ich noch ficken, ja. Aber passt mal. Passt mal auf, wenn ihr... Ich bin gerade hier oben. Die sind halt von Main immer direkt da, so schräg gegenüber. Äh, stimmt. Wir haben's eigentlich Main holen. Der ist gar noch... ...kann wir doch hier, äh... ...hinschauen. Ja, oder Tür auf. Flaschen. Auch immer, wa? Flasch ist die Tür. Außen, wo das direkt hier Flasht. Bin voll in den Spurs gekommen, glaub ich. Wann ich mal... Es geht... ...aufgekommen ist, oder so. So, WG. Haben wir Rampe zu ziehen, die. Ja, lassen wir Rampe zu ziehen. Ich bin außen. Ich hab' einen unter Rampe gewesen. Einer Rampe noch. Gegenüber, hol die, hol die! Den hab' ich gleich von außen. Komm, ist da. Unter, unter Cat ist noch eine. Ich kann. Zauber. Unter Cat down, eine ist Rampe. Ich steh' unter Cat hoch. Achtung! Unter Cat ist ein M&L. Dann Cat hochflaschen. Vielleicht Cat hochflaschen. Vielleicht Cat hochflaschen. Mach' mal. Ich bin Tür raus. Ich glaub schnacht einer. Hier ist irgendwie nix. Lade. Unter Cat, warte. Zauber. Ich hab' unter Cat. Und die Ton, äh. Und die Ton, äh. Rommelig. Unten ist das. Der unter Cat? Wie das Tool. Nice, aber. Der Unteruntertitel. Chris, was hast du für einen Sound, Alter? Ey, es ist doch unter hier. Ich denke, ruh, 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 ruh! Der Ulla krass. Wo bist du? Vorne. Wir ganz hinten. Wir fahren mal Antilleco. Warum nicht? Die werden wieder kaufen. Vorhin war's auch keine Antilleco. So. Wir ganz hinten, so leck. Aber lass einfach geschlossene Rampe durch, oder so, Mann. Ja, Rampe fackt ihn. Da bist du voll? Du bist voll? Wo weiß ich denn, der Headshot, ey. Uah, Franz! Jungs auf! Ja, Entschuldigung. Noch eine, noch eine. Noch eine, noch eine. Schön. Eine verschiebt er nämlich. Oh, glaub ich. Oh, nein! Hint euch! Rampel! Rampel! Das ist Rampel. Geh ne Runde, Alter! Wer blockt mich da die ganze Zeit? Alter, du meinst wie ein Mädchen? Wo ist das? Der Block ist da die ganze Zeit. Die Schacht ist einer. Warte, ich komm Schacht hinten. Nee, ich geh oben, ich geh oben. Es ist noch eine. Alter, Schacht ist alles dunkel. Ich bin oben, okay, wer bist du? Ja, ich bin im Schacht. Ich hab das Naturfeld vom Tisch. Was ist das? Was haben wir jetzt? Sauber. Ich hab keinen gesehen gerade noch. Ich hab sie gesehen, das ist ja Kevin. Anteco, da abdecken. Jetzt lass uns über außen gehen, oder? Der Erste kann... Lass uns doch frei über uns schicken. Ja, vielleicht mal... Der Erste hätte mich Tür aufläschen können, dann einfach... Das ist wie ein Source, denn du fängst das an zu sagen, dann brichst du's auf. Ja, dann vielleicht der Erste mal die Tür auf dem Beläden einfach doppelt vor hier. Der Erste einfach... Warum werden wir kommen? Tray und Taktik hier. Und dann doppelt nicht. Ja, doppelt nicht geradeaus. Weil ich treff das niemals. Bäm! Bäm! Aus! Huuu! Huuu! Hahahaha! Das ist sickest... Strategie hier, Alter! Aber der Hammer! So krass, ich stret's damit ja... Entsauce dich! Hahahaha! Wollen wir mal Rampel probieren? Ich glaube, der Wann muss gerade aus dem Weiß gelieft. Nein! Manu! Lass mal drüben, deine Rampel! Ja, mach mal! Oh Mann, ey! Aber lang durch, ja! Das war's für dich! Und dann aber wieder weg, ey, naja! Geh, lass die Smoke! Ich geh mal da außen! Ich kann eben das durch, die gucken dann! Ich lass mal uns da zusammen rausnehmen! Okay! Außer wir rennen halt laut, ne? Ne, ne, renn nicht, renn nicht! Lauf, gleich, gleich! Hallo Tür! Tür rein! Chillt mal! Wir gehen außen durch! Alter! Hier! Die haben nix mehr Tür! Ey, wo seid ihr denn? In Außenzellen! Haben wir grad zehnmal gesagt! Ja, kämmen sie ist... Bist du auf dem Weiß mal? Ja, ich halt ab! Rampel kann auf sein! Wollen wir unter Cat gehen? Guck! Wir gehen unter Cat, warte, chill mal Rampe! Wollen wir nicht mehr Rampe? Ich komm zur... Anna, die kann Rampe auf sein! Ich geh da nicht mehr! Guck'n Cat! Komm nach außen! Geh mich! Wir haben drei Jungs! Eine war Cat! Ja, die werden Rampe wahrscheinlich schon gepusht sein! Warst du grad mal nicht? Ich hab immer's gesehen! Einen nach vorne! Ich bin unter Cat! Ich bin hier tot! Okay! Geht oben! Einen lang! 30 Sekunden nachdem! Oben Cat! Oben Cat! Ah, unter Cat! Boah, weiß das! Ich weiß unter Cat! Unter Cat! Ach da! Fenster! Wo waren die grad Rampe? Ey, ich hilfe aber das nächste Mal Kevin im Vorraum, Mann! Ja, ich hab die Tür abgeaimt! Ja, wie kommen die dann da rein? Ja, dann nachdem du gesagt hast du sie rein! Ich war hinter euch! Hopp! Ich hab gepaut! Ja, ja! Da ist dann wieder Rampe verzögert! Einfach auf Aiming! Einfach Rampe auf Aiming, Mann! Die spinnen da keine Arme! Also, die werden bestimmt am Anfang genaten, weil sie kurz ab und dann holen wir sie uns! Haben wir nochmal einen Main? Ne, ich will nicht auch! Also, Main-Naten! Oh Gott, die N-N-N-N-N-N-N-N! Wollen die mich verarschen? Oh! 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 Ich hab grad gebankt von der Rampe gegenüber, glaub ich! Ey, mal ein Deck gegenüber zweimal! Oh! 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 Schacht! Wie kann ich mich hoch hatten, das gibt es nicht! Der Rampe kommt auch einer! Der Schacht hat nur eine! Der Stealth ist nur einer! Quote ist oben ist eine, weilC Gerne, raus und Vielleicht oben! Lass doch mal ne! iy Bah, stopped! Der Stealth ist frei! Unter mir auf Am linken Schacht hat die vorhin ein U-Boot gemacht Ich leg für oben Pommes Schacht Pommes, letzter Mann Lass doch wieder Rumble gehen Mann, wir holen doch da jedes Mal die Frag Und die kommen immer, dann kommt die unter Kett und bangt da ein bisschen Wo bangen die durch, die Eule Die können auch Ja, aber wo durch die Wand? Warum nicht, wir haben die nicht ECO Wir sollten ECO haben Ja, ich hab noch eine Waffe Warte, Felix Mann, ich komm nicht aufs Gelbe Ich bin nach außen von dem Arsch Ich komm mit Grapp ist einer 3, schön, Grapp ist 1, rechts, rechts Links einer Noch einer, noch einer Weg ist frei I'm over Ich flash vor T-Shark Ach, hinter mir Rumble, 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 rumble Wo bist du, Chris? Du bist total am Rage Das ist schon Ich kann ja nicht Weiter, auf jede Runde Ich muss immer reloaden, das ist so abverkehrt Ja, ne? Okay, focus Let's take the rest of the rounds Let's take the rest of the rounds Yeah, we just need to get the kills And like They're fast So you have to also be fast To go back Go play defensive Or like revenge kill I dropped door And also rotate fast inside We need that Outside Outside Oh my god I'm out now Yeah One or two outside Yeah, I'm at the window Okay, care Just aim Just aim Just take good angles, please You don't have to play so aggressive Just wait for them Yeah, aim We need a remaining Dead One dead One garage Bob is dead Three garage Bob is blocked Bob is blocked You have another One main One main I have yellow I have yellow One or two outside He picked To the block, Cathy Don't be too aggressive in the yard either He's outside Coming down the ladder Go down, who is inside with me? Go down Rotate when they rotate Lobby Without bomb Hurt, dead I'm in the T Care up, catwalk or main I'm not holding main Only cat I'm just defensive in the lobby So let's retag together and we have it I'm in the vent, I don't know Yeah He's down He's down He's saving or? Yeah, he should save He didn't make it Really? Yeah But please, outside I just want you to aim Only a far mass Dropping a far mass Thanks I will try to do the tikso again I will try to do the tikso again Yeah And if you're gonna be aggressive, please make sure somebody's with you so that, you know, eventually it works Flash Let them go down instead And one of us inside goes down the vent Yes I'm right I'm right I'm right I'm right I'm down Yes, I'm down Okay 6 HP Angel, just hold under the catwalk so they don't come to take us Yeah Are they inside? No, they're not inside, they're inside Still up the ramp On the ramp They're coming Can you, can we, can you flash me the lobby? No, I do not flash They're on the ramp Fucked So I'm telling you not to Too rampy, too aggressive On the ramp Yeah, I have to go down Only Cathy Yeah, you're the only one that is allowed to dive I was the At the ladder On white Wait The bomb has been ruined Eh Behind the box was The last One more ramp Okay, what are they doing on the ramp? Because I have the feeling that They were just waiting They took over the ramp And then just waited Yeah, maybe we should Then we need to push the lobby Yeah, push the lobby Or we just change positions or whatever But it's like No, maybe we should push a bit more Yeah, from inside Yeah, from inside Because we're doing nothing inside Yeah, this round I wanted to push But he had no flashes left And then I just pushed them out But it was Can I go out of time? Can I go out of time? The room And I'm Yeah, we can also do a ramp next round Just rush them Yeah, okay, we'll do that Because it's like There are always Three or four people at the beginning Inside the lobby Yeah, okay, okay And why is there coming ramp? Round One yellow One dark yellow He's from the lobby Wait for you He heard you from outside Oh my god Two there, one door Lobby Write money Because I think somebody needs to drop Lopped So Yeah, okay I dropped Thomas Glenn Yeah, Thomas and Glenn Who has flashes? Who has flashes? I have flashes I dropped I don't have I go main There's one down too much We need to talk, please I dropped Okay, I go around No, I dropped Door open Okay I'm flashing Glenn, please Yeah Pre-fire One yellow dark Yellow, yellow, yellow Two yellow Two radio One lobby Two lobby I go down Two lobby Try to come up Inside, inside now Okay, I can come catwalk Oh, I can come catwalk Oh, I can come catwalk Oh, I can come catwalk Yeah So good Einer hat gelegt Einer kommt zum catwalk Außen Der ist im Türraum Netzer spot Türraum So Der ist Türraum rein Hast du ein kit, Niki? Ich glaub ja Vor der Tür Vor der Tür Vor der Tür Soll Das ist klar Nacka Let's take the last two I drop and push Loggi Yeah, me too I have ID Yeah, me too I have ID too The next round, we go down two people The Niki tactic Where does Angel go? Can we stop, please? Right now On the eco And use it to talk Yeah Don't go in to die One door Irene Is under the catwalk In that round Okay, so Angel, you go on to the cat Next round It's me outside On the boxes Right? Yeah, it's Niki Okay And where do I look? Outside Or? Ehm Ehm Just Wait, du gehst einfach auf die Treppe hoch Rein, ich flasht hier Das hat der Leiter und ich flasht hier Und dann gehen wir alle zusammen rein Okay Und dann geht's Sorry wir haben schon neu Wunden, ey der ist ja lächerlich eigentlich She is sweet Nara sagen wir wir wirklich gespielt Was sagen wir? Wir sind richtig gespielt Die Flame bestimmt mit der Tauchhäune 100%ig Jaas Is ja wohl schon Clash Jaa Wir sind興趣, aber wir müssen nicht weiter anstehlen Er hat immer die Karte mehr machen Und dann zwang werden da rumzuzicken, Alter. Aber Felix, das ist nicht dein Spiel, 5 DC. Boahhhh. Wollen wir mit der Tür nochmal machen? Ja, mach, mach. Ja, ich flash aus. Ich geh wieder außen. Ja, ich komm dann mit außen, ich Nate um kurz noch. Alter, ich geh mich direkt wieder zu. Aber wir gehen nicht zu, ich verstehe. Na egal, ich komm aus. Ey. Außen ist eine. Wo? City Base dort, auf der Kiste. Ich flash da, Alter. Kommt der Captain, ich hab Headshot tot. Das hat noch gleich wieder geschlossene Rampe. Ich flash dann zweimal. Ich flash jetzt einmal, zweimal. Unten. Rampe unten, ja. Rampe unten. Echte Seite war. Ich hab Aus reingenommen. Oh. Schacht, Schacht, Alter. Ja, Schacht. Ja, ich hab den Low AP von Felix. Und du. Ich bin außen gefangen, wo bist du? Unterkett, seh keinen. Unterkett? Nee, ich bin wahr Unterkett, ich muss die Bombe holen. Ja. Klar, die legen Schächter und eine ist irgendwo Y. Vor dir irgendwo. Oben kett einer. Gesehen im Schaaf? Ey, 30 Sekunden. Alter. Ich seh halt nix, ist alles dunkel. Alles dunkel. Egal. Jetzt einfach TT Pistol und dann ist es vorbei. Ey, du darfst nicht oben im Loch drin stehen bleiben, ne? Ja. So. Dann die Mitte ist ja doch noch mal ein bisschen Problemchen als CT. Ja. Schon. Ich lese mir die ganzen Comments noch durch. Ah, okay. Wir werden alle ein bisschen durch wieder mit diesen Standard, TK, CSS, G6 und so. Ja, ich seh. Die Diskussion kann man da glaube ich nicht vermeiden. Ja. So, mal schauen, wer jetzt hier die Pistol gewinnt. Boah. Da brauchen wir noch zum Glück noch gelegt werden. Boah. Felix mit zwei Headshots, krass. Ich weiss grad gar nicht, die Pistol CT hatten glaube ich die Mädels gewonnen, oder? Ich mein schon, ja doch, ja. Ja, ja, ja. Jetzt hab ich mich jetzt passiert. Ja, wirklich! flic Offilame Mrs. Ihr Dosst. Dann Entfазыв group Effett selbst.